Lol, was geht da links unten alles ab? Ich mach schnell das Intro, wir zocken Hypixel Skyblock und schaut euch mal an, was Spark gemacht hat, als ich wegwasch. Guckt links unten rein. Sogar Tarantula Minion auf 10. Alter, da ist er, Spark, hallo. Hallo, ich bin schon die ganze Zeit hier. Wie geil. Ich hab dein Intro mitbekommen. 24 Minion Slots. Alter, hier ist es. Was ist das? Das sind Flower Minion? Genau, das sind Flower Minion. Das hab ich mir gegönnt. Und war ganz gut. 7 Komma irgendwas. Mit ihr Grund hat's gekostet. Das ist so ein normaler Preis. Das hab ich ja noch nie gesehen. Joa, ich bin die Dark Auction rein. Das läuft immer relativ schnell voll. Selbst mit Super Compactor, weil das so viele verschiedene Blumen macht. Guck mal da rein. Aber wir haben jetzt 24... Alter, das ist so geil. Wir haben jetzt 24 Minions Slots und das ist das meiste, was man momentan haben kann. Genau, 24 Minions ist das Maximum. Alter, wie nice. Ich hab Folgendes gemacht. Ich hab lieber dieses Minion für 7 Millionen gekauft. Anstatt das Tarantula Minion auf Stufe 11 zu machen. Weil das Tarantula Minion von Stufe 10 auf Stufe 11 kostet 50 Millionen Coins. Ach du Scheiße. Wie viel haben wir jetzt noch? Wir haben noch 126 Millionen übrig. Und ich hab vorhin auch nochmal mit G-Time geschrieben. Und der hat auch schon irgendwie mal so ein bisschen angedeutet, ja, es kann sein, dass das Dungeon Update beikommt. Und er hat's aber so gesagt, er wird wahrscheinlich mit dem Hauptaccount, wenn dann was spielen, hab ich gesagt, gut, ich kann auch mal Hauptaccount spielen. Und ganz nur die 126 Millionen, die wir übrig haben, können wir ein Equipment-Set machen. Theoretisch für dich. Und dann könnten wir auch zu dritt mit gutem Equipment dann Dungeons raiden, falls wir das wollen. Theoretisch, ja, okay. Theoretisch. Ist nicht schlecht. Wir bringen das auf jeden Fall in die Bank und behalten das da, dass wir auch die Zinsen kriegen. Ja. Äh, wie lang geht das noch? Einen Tag. Ich hatte hier mal Full Flash reingepackt. Äh, mein Silberfisch ist Level 52 schon. Ging gut rein. Haste-Spiel ist auch noch da. Deswegen würde ich jetzt hier schnell die Viecher einsammeln. Alter, 24 Minions, wie geil. Da machen wir natürlich dann, da machen wir natürlich auch noch ein Diamond Minion draus. Ist ja klar. Ja, können wir gerne. Ich habe das nur hingestellt, weil ich das so jetzt gekauft habe und dann hingepackt habe. Ich habe schon ein Schadet Lava-Backel gekauft und auch ein super Compactor, der liegt drin. Sauber. Ähm, ich glaube, ich muss noch einen von den Catchern, äh, von den Flydingern holen, für das 24. Oh, stimmt, 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 stimmt. Genau, da war gestern ja leider ausverkauft. Ich mache mich nochmal los. Guck mal, hier, warte mal. Hier sind jetzt mit Full Flash 19 drin und hier sind mit Katalysten 34. Der ist natürlich stark. Silberfischlevel 53. Das dauert doch ziemlich lange, den auf, äh, Dings zu bringen. Ja gut, also 53. Dafür, dass wir den erst gestern neu hatten, fand ich jetzt nicht so schlecht. Ja gut, ich habe natürlich auch schon ein bisschen... 54. Alter, ist das nice. Da will ich direkt wieder übel ans Farm gehen. Ich kann das aber nicht. Ich kann keine normalen Diamanten haben, weil ich das automatisch zusammenbastle. Kannst du das mal ganz kurz machen? Ich nehm, ich baue das Minion hier ab, ne? Ja, ja. Ich, ich kann dir das, ich kann dir die Minion machen. Das ist kein Problem. Ähm, falls du Dias hast, dann droppen wir die mal. Ja, Dias kann ich ja nicht... Wie viel braucht man für ein Diamond Minion? Äh, ne ganze Menge eigentlich. Also die Produktion, das du eben eingesammelt hast, das wird nicht reichen. Wenn du das auf dem Markt... Du willst das auch auf Level 11 haben, ne? Äh. Ich kann die, ich kann nicht... Ich kann keinen Diamanten. Bei mir ist der automatisch alles zusammengecraftet. Ach so, ja. Ja, ja, ist egal. Ich kann die einzelnen holen. Ich meine nur die Encharted-Dias. Die Encharted-Dias, die habe ich. Das grade ich gleich ab. Die Encharted-Dias habe ich. Aber da haben wir natürlich nicht genug, ne? Ach so, okay, du willst du die... Okay, ja. Dann mache ich dir das bis... Wo es normal Upgrade war. Oder? Hier sind auch noch ein paar. Aber der letzte ist ja sauteuer. Das Flower Minion, wo packe ich das rein? Welche Kiste war jetzt hier das Richtige? Ähm... Du kannst das in die obere Kiste reinpacken. Unten sind jetzt alle Level 11. Weil hier ist alles Level 11 unten drin, ne? Alles ist Level 11 in der unteren Kiste. Alles Level... Okay, dann packe ich das wo rein? Äh, in die obere. Weil oben habe ich jetzt noch die, die noch nicht auf Max sind. Und das ist in unserer Fall halt das Stratua-Minion, Flower-Minion und Revenant-Minion. Das Revenant-Minion können wir noch nicht... Keine Ahnung, wenn ich gleichzeitig Lust habe, kann ich ja mal ein bisschen Revenant freiten. Was ist grade von den Coins das krasseste Minion über... Oh, das ist ja, ich finde... Minecraft ist so geil. Also ich habe schon gemerkt, dass sie Stück für Stück immer mal so ein bisschen teurer wurden, so ein Einzelstück um 3.000. Also wir haben richtig, richtig, richtig abhaltig viel gekauft. Äh, wie viel waren das denn? 250 Millionen Coins? Doch, 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 das hat einen Einfluss gehabt. Echt jetzt? Max, allein, weil wir gestern einkaufen waren, haben wir im Aktionshaus das profitabelste Minion, das Spinnen-Minion gemacht, was die Silks produziert. Bei 6 Millionen Spieler können 250 Millionen Coins, wenn du damit die Spinnenweben da kaufst. Oder nee, stopp, stopp, Moment. Das ist ja was, Moment, Moment. Strings habe ich nicht so viele gekauft. Tut mir leid, dann war es was anderes. Weil diese Tarantula-Silks, die kann man nur looten. Die kann man nicht, ähm, jetzt mal verdammt. Ah, okay, okay, okay. Schade, hätte ja sein können, ich habe mich gerade geflasht. Das wäre auch, glaube ich, nicht, das geht nicht. Das ist, der Impact ist zu klein. Gut, Level 11, äh, plus, das Ding ist drin. Holy shit. 24 Minions. Genau, und das ist, das ist der perfekte Setup. Mehr geht nicht mehr. Besser geht's nicht. Jetzt kann man höchstens nur noch mehr Coins haben und dann den ganzen Tag Katalyst in die Minions packen. Richtig. Aber das ist viel zu teuer. Äh, wir machen jetzt mit den Zinsen, die sind ja 40.000 gesteigert, anstatt von 350 auf 390.000 haben wir jetzt, und ein Minion mehr, und alle haben einen, äh, Flycatcher drin, machen wir jetzt anstatt einer Million Coins am Tag 1,12 Millionen Coins am Tag. Sind etwas über 100.000 mehr. Auf Dauer ist das auf jeden Fall nicht verkehrt. So alle 10 Tage eine Million geschenkt. Gehen auf 25 Minions noch nicht. Vielleicht mit dem nächsten Update. Katalysten machen so viel aus. Richtig, die verdreifachen ja einfach mal alles. Dann haben wir nicht 24 Minions, sondern das Dreifache. Und die Kosten halt. Ja. Einen Tag braucht man acht Katalysten in der Minion für 24 Stunden. Oh, willst du das mal, ich finde es ja immer sehr interessant, das dann genau zu wissen. Willst du das mal ausrechnen, wie viel wir Minus machen würden, wenn wir die Minions einen Tag mit Katalysten laufen? Sie würden zwar das Dreifache an Diamanten rausschmeißen, und wir haben ja auch die Flycatcher drin, was ja nochmal die Katalysten boostet. Das funktioniert ja zusammen, aber es kostet ja trotzdem. Das würde mich mal interessieren, wie viel wir Minus machen tatsächlich. Ja, das kann man sogar hier in dem Minion Optimizer Spreadsheet eintragen. Echt? Ja, wenn man auf Minion Optimizer geht, dann kann man da auswählen Minion. Dann kann ich mir mal das Diamanten Minion aus, mal gucken, ob das geht. Und dann sieht man auch, wie viel Gewinn man macht, wie viel Verlust man macht, das ist alles mit drin. Coins pro Stunde, Coins pro Tag. Okay. Wenn wir die Diamanten beim... Voll geil, das ist einfach direkt schnell. Ja, mega geil. Da muss man nichts ausrechnen, dass das selber ausrechnet. Ultra nice. Ein Minion Level 11 mit Katalysten drin. Flycatcher würde pro Tag minus 151,1k machen. Minus 151,2k? Minus 6298. Also pro Tag minus 150.000, ein Minion. Ein Minion würde pro Tag 150k minus machen. Das heißt 24 Minions? Ja. Über drei Millionen. Also du müsstest pro Tag, sagen wir mal, dreieinhalb Millionen farmen und das Geld investieren und dann könntest du es aufrechthalten. Und das Kranke ist, das machen so viele. Das ist das Kranke. Nehmen wir mal die 100 Hacker oder die 100 Cheater raus, aber dass wirklich dann 400, 500 Leute jeden Tag alles mit Katalysten vollballern in ihren Snow Minions mit Diamond Spreading. Das ist ja ähnlich stark. Ja. Machen sie das jeden Tag. Sie farmen jeden Tag drei bis vier Millionen Coins, indem sie irgendwas, irgendwelche kranken Monster klatschen. Verkaufen das, haben die drei, vier Millionen Coins, holen die Katalysten und ballern die Minions damit voll. Und das machen die teilweise schon seit Monaten. Wie krank ist das bitte? Das ist ja noch doppelt so krank, also wie ich das hier mache. Dreifach so krank. Die machen ja nichts anderes. Na gut, dreieinhalb Millionen, dafür musst du sieben Summoning Eyes finden und im Schnitt findest du vielleicht alle halbe Stunde. Ja, wenn du Glück hast oder wenn du fix bist, schaffst du das vielleicht in zweieinhalb Stunden. So in zweieinhalb bis drei Stunden. Jeden Tag zweieinhalb Stunden. Nur um das nach oben zu boosten, Mining Level und Diamonds und Snow. Aber das ist natürlich auch eine insane krasse Geschichte, weil du hast ja dann praktisch, naja, nicht 24 Minions, sondern fast 75 Minions umgerechnet, weil er alles dreifach macht. Ist ja wie, wenn du drei Inseln parallel hast, die laufen. Wenn wir die restlichen Coins, die wir haben, den Katalysten verballern, könnten wir das einen Monat durchziehen von morgens bis abends mit allen Minions. Und dann wär's weg, aber ne? Ja, dann sind die 113 Millionen weg, die wir haben. Aber ich hätte gesagt, heb dir das vielleicht auf für Equipment für Dungeons kommt, falls du da was mitzocken möchtest. Kann ich bei den Dungeons einfach nur der Typ seiner Hengen steht mit dem Bogen? Macht das Sinn, wo ich kein Damage kriege? Bei Dungeons gibt's verschiedene Klassen, die man machen kann und es ist auch so, dass das Team idealerweise alle Klassen einmal haben sollte. Also es gibt einen Tank, es gibt einen Nahkämpfer, es gibt einen Ferienkämpfer, einen Heiler und glaub ich noch irgendwas. Bogen, Mensch, gibt's ja. Wobei, Jitam hat mir schon geschrieben, also wir haben ganz kurz ein bisschen gequatscht, für dich wär's eigentlich perfekt, wenn du den Tank machst, weil du hast ja ein hohes Mining-Level und Mining gibt dir Verteidigungswert dazu, ne? Ist der merkbar? Der ist höchstwahrscheinlich merkbar. Was hast du? Nur gerade 217 Defense. Wenn ich mal hier ein bisschen Equipment ausziehe. Warte, pass mal auf, zieh mal ganz kurz dein Equipment komplett aus, sagen, wie viel Defense du hast. Sind's hier alle Kissen schon voll? Nee, hier ist noch ein bisschen Platz. Mein ganzes Equipment ausziehen? Ja, einfach nur kurz die Rüstung mal kurz ins Inventar ziehen und dann sag mal, wie viel Defense du hast. 217. 217. Okay, ich hab Standard 33. Echt? Dein Standard-Defense wär's einfach dreimal so hoch wie bei einer. Könnte ich noch irgendein Level chillig hochballern? Was bringt zum Beispiel Farming-Level für Stats beim Kämpfen? Farming-Level müsste Leben, glaub ich, sein und Forging-Level müsste Strength geben. Strength macht halt mehr Schaden, aber Farming-Level sorgt halt für mehr HP. Für mehr HP? Müsst du Farming und Mining hochleveln, dann bist du der perfekte Tank und dann kriegst du noch eine Perfekte-Tank. Dann brauche ich aber noch, dann brauche ich, ich möchte aber auch der absolute Miner-Tank sein, dann möchte ich aber auch eine Diamond Armor haben und einen Legendary Rock. Ja, dachte ich mir schon. Ja, Diamond Armor, äh, also die, die, die... Kann ich dann bei einem starken Dungeon-Gegner mich wirklich einfach auf meinen Rock setzen und mich nicht bewegen, alle Fairy of Swords, wo ich noch einsammel, und dass ich dir eine gute Zeit tanken kann. Ja, müsste auf jeden Fall gehen. Wer ist die andere Stimme im Hintergrund? Bin gerade hier das erste Mal reingestolpert. Alter, es gibt noch Leute, die zum ersten Mal hier dabei sind. Ähm, das ist Spark. Spark of Phoenix, der seit acht Jahren hauptberuflicher Minecraft-Spieler ist. Bist du, bist du der, bist du der dollste Minecraft YouTuber Deutschlands? Kann ich nicht einschätzen. Es gibt auch viele andere, die ebenfalls schon, denke ich mal, mit zu lange machen. Vielleicht nicht ganz von so früh. Ja. Also ich sag mal so, ich bin einer der wenigen, die tausend, mehr als tausend Folgen Minecraft-Singleplayer-Let's-Play haben. Ja. Geil. Aber ich glaub, ich glaub, das hat nur Gronkh. Du hast aber auch, du hast aber auch drei Bücher geschrieben dazu und das ist dein Main-Game und vielleicht gibt's irgendeinen, der das auch seit irgendwie acht Jahren macht, aber der hat dann, vielleicht hundert Klicks auf ein Video. Weißt du, das zähl ich auch nochmal mit rein. Aber die ersten, die ersten Folgen waren ja auch so geil einfach, ne? Stell vor, wir hätten da mal, wie kam das überhaupt, dass wir gestreamt hatten? Wir haben auch deine Experten, ne? Ja, genau. In Minecraft war das bei, hat sie mit dem Kredits. Genau, genau. Stell vor, wir hätten da gesagt, nee, lass nicht zocken. Dann hätten wir uns einfach nicht kennengelernt. Dann wäre ich auch nicht bei Craft Attack und allen dabei gewesen. WTF? Ich kannte dich aber schon vorher tatsächlich. Wodurch? Clash Royale oder Fortnite? Clash of Clans, glaube ich, ja, durch Clash of Clans. Oh, okay. Und das alles nur, weil Fortnite damals so low war? Stimmt, Fortnite hatte ja einfach mal eine Zeit lang den übelsten, den übelsten low. Ich glaube, ich müsste der größte Kanal sein, der nur mit Minecraft-Content die Millionen Abos gemacht hat. Ja, das meine ich nämlich auch. Ja. Wie kann ich sinken? Einfach reinhauen, da müsste da stehen, Flight Duration, genau, und jetzt nach oben. Und hier vorne ist halt einfach, ne? What the fuck? Kiste bis komplett nach unten. Bin ich mal gespannt, wie, ach du Scheiße, das ist ja, was zur Hölle? Das sind alles Doppelkisten. Das heißt, ich kann dir sogar ausrechnen, wie viele jetzt hier reinkommen. Eine Doppelkiste passen 57 Bücher mal 46. Hast du schon alle Bücher reingetan? Nö, ich war nach oben am Umlagern, das sind noch nicht alle Kisten leer. Aber du kannst hier, diese, diese unendliche Kiste hat für dich jetzt 3648 Speicherplätze für Bücher. Das sollte, das sollte, das sollte hinhauen. Das reicht erst mal. Dann macht das Bücherfarm gleich wieder mehr Spaß. Genau. Alter Leute, es war wieder ein Fest, es hat total gebockt. Alle Folgen von Hypixel kommen auf Second Try. Weil ich jetzt einfach, ich mache ja jetzt jeden Stream, machen wir ja fünf Videos. Kommt was für Team Try, Trimax, immer was für Lost Moments dabei, klar. Und Hypixel Second Try. Weil euch das gefällt, gerne kostenlos abonnieren. Schaut bei Spark vorbei, auf sein Profil, der ist ja noch deutlich, deutlich, deutlich weiter. Und dann schreibt ihr unbedingt die Meinung in die Kommentare. Weil ich, der macht das so viel, erschreckend viel Spaß. Ich wollte kurz wieder einschalten. Waren jetzt wieder zwei Stunden, es ist wieder kurz vor drei. Jeden Tag, nehme ich es mir vor, nicht in der Sucht gefangen zu sein. Es wird immer schlimmer. Ich glaube, wenn wir zu zweit sind, boostet es das nochmal ein bisschen. Ja, ja, genau, 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 genau. Das ist nochmal, das macht das Ganze nochmal deutlich. Weil mit dir, wenn ich alleine bin, dann kann ich nur Diamanten abbauen. Aber wenn wir zu zweit sind, dann kann man sich nur die Strategien und Taktiken überlegen, was wir machen, gerade mit Katerka Kau noch dabei. Da gehen die Props auf jeden Fall raus an euch beiden. Ihr fördert meine Sucht ungemein. Gut, dann sind wir fertig.